hey leute willkommen zurück zu super mario pros 2 im letzten part haben wir bis hierher gespielt und jetzt kommt noch der boss und das wäre leicht knapp und ich weiß bis jetzt nicht was der boss war aber es ist mein tod okay das ganze könnte mich jetzt schon wieder aufregen heute hatte ich keinen schönen tag der tag war nämlich sehr lange für mich und jetzt da noch oh gott darf ich sogar noch ein video aufnehmen aber also es war leicht knapp das gott mehrere male noch ein treffer alles klar der teilt sich auf sagst du gleich extra next life next ne andersrum next life next try okay ich schieße ihn sind weiter weil doch erstmal wenn du also wenn du treffer bekommst ich sollte man deswegen auch nach oben gehen aber wobei ich bin ganz so kluge ich dachte komm heute noch mal oh gott nein ich hoffe dass dieses mal mit dem ton noch ein bisschen besser passt also die letzten paar zwei das mit dem ton nicht so ganz gut sagen es mal so da war es so es geht ja auch stimmt da war da ich alles klar da war das spiel zu leise ich sterbe ja schon bevor ich den satz beenden können krank in diesem habe ich den games und mal ein bisschen lauter gemacht und ich hoffe ich hoffe das passt jetzt einigermaßen vom sound her und nein ich wollte nicht runterfallen nicht runterfallen oh lol ja da hat er nicht gerechnet und jetzt noch einmal ja das kann ich dann schon so groß dazu sagen eigentlich nichts so viel wenn ich viel alles klar er wirft noch nicht mehr mehr hat schon er hat schon kein bock mehr genauso wie ich alles klar schießt doch noch näher kommen trifft mich ich habe jetzt einfach schon kein bock mehr ist wieso kennt mir das spiel nicht einfach mal irgendwas nettes es war ein neister treffer er hat mir richtig gut gefallen perfekt ist es auch noch wenn der typ noch sterben würde nein wirft doch sollte nicht geworfen letzter versuch und ich zeige euch den finalen versuch ich bin ich relativ safe okay das war gerade richtig knapp jetzt warst du es okay oh mein gott alter man muss nach oben das ist die taktik von unten ist hat man einfach nur gleich verloren was ich muss die vierte auch töten viel spaß ohne mich also geht erstmal weg locken ja tschüss hätte ich kurz drauf gehen können alles klar wieder mal hier noch oben ich sehe es doch jetzt schon ich verreckt wieder weg locken weg locken weg locken und ob ich zeige schüttet nice jetzt habe ich es okay wir uns so oh mein gott wieso kann das auch springen ich habe es geschafft ich habe es geschafft oh mein gott leute ich habe es geschafft das war echt schwer okay gut sound hätte ich jetzt erwähnt die schwarze hintergrund ich gehe einfach davon aus dass es so gewollt ist vom spiel kein pack ist oder sowas ja ich gehe jetzt einfach mal davon alles klar alles klar ich gehe einfach mal davon aus ach warte ich kann mich sogar an dieses level erinnern es war eines meiner hasslevel weil man muss hier ja man muss es hier auf die muss hier auf diesen fisch bringen dann auf den anderen oh das ist sogar drei ja dieses level mag ich nicht was ich noch ansprechen wollte ist was war es denn jetzt weiß ich es nicht mehr genau es werden jetzt zwei parts pro woche von super mario post bekommen das liegt einfach daran dass ich schon mal erwähnt habe das projekt bald fertig sein muss aufgrund eines anderes projekte ist er sich starten möchte dann und es zeitlich einfach nicht passen würde und ja das ist der grund jetzt werde ich daran kommen können keine ahnung ok hat mir schon mal eine graue bürde ich glaube nicht nur noch mehr feuerkugel ich glaube die schießt nur noch feuerkugeln könnte sein ja weil man muss die mit diesem pilzblock hier kaputt kaputt alles klar er mord in so guter ja ok cooler glitsch ja dann mache ich sowas lächerliches ja drei fall oder werde ich fast gestorben damit haben wir auch dieses level vollbracht es ging sogar ziemlich schnell schnell als ich dachte weil ich das in diesem level sehr schlecht so und jetzt geht's mit mario weiter also die zwei videos pro woche das wird also so sein da ist montags immer noch natürlich zu mario post 2 kommt und am o gott mit dir am donnerstag vielleicht also müsst ihr mal diese woche schauen wann das video kommt ich gerne mal von außen am donnerstag weil ich da meistens zeit habe weg und alles klar weg damit und 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 ja zwei videos pro woche montag und donnerstag und freitag natürlich immer noch minze kraft also minecraft ist da unten irgendwas zwei blaue igel blau bin ich behindert ich bin farben blind also ich finde ich bin farben blind ja ich gebe es zu ich bin farben blind alter behindert muss man sein zwei blaue igel dieses schwarz alter wie sonic gespielt oder was oh mein gott das ist das im blaue igel perfekt dass ich das ding mitgenommen habe ich dachte schon das ding nicht da drin sein muss bin hier draußen wo haben wir so gleich sogar gleich drei sonics und zwei davon habe ich was ist das so schön wie ich das läuft einfach im boden drin auch jeden tag weg mit dir so der trägt uns jetzt nach oben dann kann ich hier rüber das zieht ziemlich gefährlich aus ich nach machen oh gott nochmal so ein hässlicher problem und dass alle die sich beschweren dass ich jetzt momentan solche hässlichen oh gottes bin ich auch weg hässlichen alten mario spiegel let's play beschwert euch ruhig ist es mir komplett egal ich mache das was ich machen möchte und es ist halt so aber die sich als deswegen beschweren könnte ich auf jeden fall schon mal aufs nächste projekt freuen denn das wird kein pixel mario sein sondern oh gott wieso kommt auf einmal nach unten also ich habe mich erschrocken okay 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 beruhigen was war hier gott nein alles klar und das soll man auch überleben rüber 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 ich glaube rechts muss man hin wenn es eine wahl gibt dann rechts ne gibt es nicht ja gut dann halt nicht aber zu hat man den bau block unnötig ein bürde aber wieder rot perfekt neister treffer hat mal ach das ist blöd die position von bürde egal oh nice vielleicht schaffen es sogar noch das dritte level in diesen part es wäre ja sensationell so schnell wie wir durch diese level gehen weil ich glaube nicht vielleicht können wir ja das nächste löschen noch anfangen aber jetzt krass wie 45 scheint sehr leicht momentan ich habe überhaupt keine ahnung wie das video ist aber ich mache einfach weiter wie du kann jetzt nicht so lange sein ich kann mir nicht vorstellen dass es schon 15 minuten ist weil ist weil nicht weil misst sondern der part einfach noch nicht lang war vom gefühl her und wieso nehme ich das eigentlich mit es muss doch hier irgendwas sein ja ja logisch dass es hier nicht ist sollte ich ein baum darstellt alles klar wie wir hier aber gerade diese ganzen kürzen eingesammelt und ich habe immer noch keinen stern bekommen also man kriegt ja ein stemm fünf kirchen eingesammelt hat aber da stimmt was nicht das level mag ich jetzt schon nicht so viele bomben meiner meinung nach das haben wir hier unten ok 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 anscheinend will spielt dass ich den part beende aber das mache ich nicht wenn ich habe wieder eine ewigkeit gebraucht besiegt wenn man hat das funktioniert bitte sagt dass der pilz ist echt schwer hier nicht auszurasten echt schwer auch explodiert danke oh gott geh weg explodiert ja ich meine last wollen wir machen nichts kaputt die fliegt in der luft da war ich versuche mal was tja so warte ist nur noch das ding da ja schwebt es hier auch also wir brauchen eine bombe von da oben ist aber nicht möglich wisst ihr was dieses rätsel lösen wir im nächsten pass und ich glaube ich habe es einfach schon verkackt darum ja wir sehen uns im nächsten part wieder womit wir wo wir dieses rätsel lösen wie wir abgelöst wir sehen uns beim nächsten mal wieder schau wir sehen uns beim nächsten mal wieder w Sometimes wir kommen nach im nächsten mal wieder tja Wir sehen uns beim nächsten mal wieder hier nichts wir sehen uns beim nächsten mal wieder die aus dann und Bis zum nächsten Mal.